Hast du irgendwas gekriegt gerade? Ja, ich habe ja mehr Punkte gemacht, dass du. Ja gut, das ist ja immer eine Sache. Ich habe immer noch was freigeschaltet, was ich habe. Ich will mehr Waffen, dann schnitt mir noch. Ich habe noch keine Waffen für... Ich habe noch keine Kohle für die nächste Waffen. Sind aber auch allesamt schlechter. Die haben nur höhere Feuerrate und so. Kann ich immer noch was... Ne, egal, ist erst rum. So, will dein Metz ins nächste Match rein? Metz? Ja, können wir machen. Metz. Und los geht's. Auf geht's. Wir übernehmen einen Kontrollpunkt. Steht aber auch nicht, wie viel Level es das Gesamt gibt, ne? Pro Karte. Oh, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob wir wieder zu kommen. Quatsch, es sei denn, man hat sich gar nicht einmal zerlegt. Ja, die sind einfach die Fähigkeiten und alles sowas von hoch überlegen. Alter, der geht schon ab. Ah, verdammt. Oh. Da, da. Kommt irgendwas hinter unserem Fahrzeug. Kommt nochmal raus, Kopf. Und oben steht der nächste. Alter, was hat der für eine Waffe? Die Rebellen übernehmen einen Kontrollpunkt. Greift sie an, wenn ihr soweit seid. Hey. Jetzt wählt ihr die Macht der dunklen Zeit. Kommt zur dunklen Zeit mit der Macht. Ich bin der Fähler. Ich bin der Fähler. Kein Scherz jetzt. Du spielst den Raider? Ja, guck mal, was hinter dir kommt jetzt. Hinter mir? Ja. Komm her, ihr. Boah. Ich habe eine sehr schwere Atmung. Das Problem ist einfach nur, ich muss jetzt mal Kilometer weit laufen, da bin ich. Damit ich überhaupt eine Möglichkeit habe. Hey, ich bin hinter mir. Ja, ich bin hinter mir. Ja, auch. Ja, auch. Ihr Schaffter. Mach mal das Reder. Boah, die Frage. Ich möchte dann gerade durch bei denen. Lustig, lustig. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Oh. Was ist der hier? Oh. Na, ledig. Oh, der jämmerlich der Gegenwehr ist in 10-Lots. Stopp! Ich bin ja voll aufgehoben, gerade bei denen. Scheiße, kann er nicht. Ich habe aber bestimmt acht, neun Stück jetzt gerade hintereinander geholt von denen. Ja, sechs Stück. Sechs. Aber guck mal, auf einmal bin ich erster. Das war lustig. Das war gut, ne. Aber ich bin da so durchgeschritten von bei denen. Zack, 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 nicht mehr. Rechts, links, aber der nächste weg. Achtung, hinter dir. Das war einfach mal die beste Runde, aber es war einfach cool. Geil, aber Spaß gemacht. Der Typ ist einfach auf die Fassung zu holen, dann wird er so killer. Pass auf, was ich spiele. Da spielst du. Achtung, da hinter uns steht eben nur was hinter dem Schießen. Juhu! Noooo! Noooo! Das ist nicht, super bin ich. Oh, da hat's gerade... Da hat's gerade ein... Da hat's gerade ein Typ. Meiner. Aber es war cool. Es war schon gut gemacht, das wäre. Naja, ich sehe gerade, wie ich spielst. Ach, das ist das Drecks... Flugding im Star. Schießt das mal einer bitte runter. Wir wissen von einem Informanten, dass Skywalker in eurem Quadranten ist. Ach ja, mein Gott. Ich fliege die ganze Flugzeuge durch die Gegend. Down. Hör aus! Da wird's gerade nicht die Garten schluss! Wir müssen eine Gegend noch die wir starten! Ihre Rebellen kontrollieren das Schlagfest! Das Geschütze... Der ist gerade dauernd... ...und übernehmen! das lag sie zurück es könnte eine gute runde werden steht sogar gleich drauf ja gut 6 6 ich will auch mal da ich will nur noch da da jetzt kann ich ja durch den skywalker gut als spezialfiguren hast du eigentlich fast keine hast du eigentlich fast keine chance weil die meiste zu a so schnell schnell rennen können und sich einmal mit dem schwert durch keine schwäche normalen habe ich ja eben gemerkt ich bin ja so durchgegangen weil ich dabei gerade mal ein bisschen aufgeräumt hatte du vor allem und das muss man mal dazu sagen ja der war cool ja schön hättest du dich weg gespawnt gerade dann hättest du mich gesehen dass da luke skywalker wir haben nur noch einen kontrollpunkt im skywalker nein darf er da ja töt ihn töt ihn war schön mal bei dem geht das schön mal ruhig die äh die frage bei denen ne ja die frage ist natürlich die sind zurückgezogen weil wir eh die besten sind aber damit verkackten wir gerade immer schön an den tollpumpen wenn wir gerade sie wieder nie damit sind aber ja wenn er rennt alles ja da ist das gerade neben mir rum das irgendwas was schnell läuft das kann eigentlich nur einer sein so was ist es aber dauer ist es nicht so wie ist denn das geriet das rebellen hat erobert den letzten kontrollen wir müssen nicht stoppen wir sind falsch abgesetzt das wollte ich eigentlich nicht da absetzen jetzt kommt aufpassen rebell acht weiter druck das ist auch einer mit uns und ich schließe dann ein rein weiter äh ne doch ein rein weiter wir übernehmen das kommando über eins ja dann zieht er mal schließt man den oben den links wegen gerade vom platz vom hündel der da Ja, aber die ganze Flugfahrt dann nicht. Denken wir nicht. Na, guck mal her. Ja, vom... Was willst du machen gegen ein Flugzeug? Watz, watz, watz! Was wirken da jetzt mal die Raketen? Wir übernehmen einen Kontrollpunkt. Ja, ich hab aber diese Raketen auch. Nee, ich weiß nicht, wo er ist. Frank 4 an euch. Oh, da kann ich nicht eine Runde. Mit 6 Kills. Ja gut, du stehst noch drüber, aber... Ja, ist okay. Die meiste Kills wird... Wie paar. Aber ist auf jeden Fall sehr geil. Macht auf jeden Fall echt übel Spaß. Es macht Bock, ja. Es suchtet auf alle Fälle. Nachdem wir jetzt ein bisschen mehr wissen, wie es geht, jetzt macht es natürlich noch mehr Spaß. Ja, es ist eigentlich immer derselbe Spielmodi. Du musst diese... du musst die Typen weghauen und mal gucken, dass du die Kontrollpunkte kriegst. Du, die Kontrollpunkte ist das eine, ne? Siegboden haben wir nicht bekommen. Aber ich hab wieder nichts bekommen. Ich hab auch Geld bekommen. Ich hab auch Geld bekommen. Statistiken. Liefer 15 mal die Fracht ab. Ich hab zumindest mal einen Links erwischt... äh... gekriegt. Ähm... Frank 4... Gewonnen. 40% verloren. 60% unentschieden. Null. Okay. So, jetzt gehen wir wieder in den Wald rein. Ich glaub, wir machen gleich wieder mit, ja? Ja. Ich guck gerade, was ich doch da habe. Ich glaub, ich kann wieder irgendwas kaufen. Ionen-Torpedo. Ja. Ja. Nehm ich. Der ist nämlich gut. Das sind diese Dinger, die den Flugzeugen hinterher gehen. Ach, das ist das nur für Fahrzeuge, oder? Weiß ich nicht, ob das nur für Fahrzeuge ist. Ich hab das ausprobiert hab bei Menschen, aber da hat es nicht funktioniert. Okay. Okay. Also, ich bin auf jeden Fall schon wieder drin im Kampf. Ja, ich bin noch im Ausrüsten. Ich bin gerade nicht. Also, ich kann... Ich muss die Karte auch leider austauschen gegen die Ionen-Torpedo. Keine Karte, ist dort verfügbar. Okay, egal. Dann nehme ich lieber die... die... die Rakete. Hast du den schon, den Ionen-Torpedo? Naja, dann hab ich auch dabei. Okay. Ja, ich hab statt den... statt hier einfach eine Waffe da rausgeholt. Ich hab die Granate. Ja, ja, ja. Die Granaten sind wichtig, die brauchen. Ja. Gut. Uh, ich hab ein Lasersturmgewehr. Lasersturmgewehr? Ja. Gerade bekommen? Ja, gekauft. Hast du aber nicht mit. Doch, hab ich. Ja. Ja. Aber gut. Kann ich leider... Weiß, hast du dir auch schon eine Waffe geschossen? Nein, noch nicht. Ich hab jetzt nur... gerade ein bisschen... Ich hab gerade nur die eine... Gabel, okay. Bleib mal hinter dem. Was, wo? Danke. Was, was, wo? Ich muss überall... Ich werde beschossen. Ich werde erst nicht gut bestehen bleiben. Was ist denn? Ja. Irgendwas wischig. Komm, komm, komm. Ah, come, Junge! Ah, auf den AT-ST muss ich morgen schießen. Ah, auf den AT-ST muss ich morgen schießen. Nee, ich hab auch gerade drauf geschossen. Nee, ich hab auch gerade drauf geschossen. Der dürfte nicht mehr viel haben. Wo ist er denn? Das ist los. Scheiße, ich bin zu spät. Der kam nicht direkt vor mir. Wir nehmen einen Kontrollbuch, den wir sitzen. Schön. Mit Taktkranade. Ja, steht das komische Ding noch? Weiß ich nicht. Ich lande ja an den ganzen Tag immer irgendwo anders. Ja, geht mal. Die Sturmgruppen übernehmen einen Kontrollbuch. Wir müssen sie aufhalten. Jetzt ist mehr. Oh, Mist, verdammt was. Ich hab nichts. Ist was. Vader ist hier. Wir müssen ihn ausschalten. Helden, sollen wir noch weg? Vader haben wir schon wieder. Was darf ich denn? Prinzessin? Lea, einem Skywalker, ein Solo. Hallo. Da steht sie überlassen. Aber du bleibst mit der Verteidigung. Du willst wahrscheinlich... Unsere Freunde fehlen auf uns. Das Ding jetzt machen. Hast du den Lea genommen? Ja, die Prinzessin da. Ich hab sie gehört, ja. Hallo. Ja, siehst du mal. Mach ruhig nicht. Wer bleibt denn der Offensive? Wer hält denn diesmal eure Lea, Lea? War ich doch gerade. Ich fehl noch. Ich bin schon down. Mann, er wurde es. He he. Ist ja cool. Von dir. Können wir gleich wachen. Weil du nicht mehr her hast. Ja. Ich bin von den Ozean. Ähm. Ich hab leider nur... Ich... Ich... Ich kann meinen Erlebenden eigentlich gerade nicht reag... Äh... Regenerieren. Ja, das geht weil... Verloren. Okay. Ja, ja. Aber das ist eine Aspirin. Ah, ist nicht weg. Schade. Ist das eigentlich... Ist das eine Aspirin? Ja. Äh... Scheiße. Äh... Da war... Ist wieder ein ATT unterwegs. Äh... Selbstmord. Oh, da ist schon wieder eine... Äh... Eine Tablette. Kopfschmerztablette. Hui. Hui. Nein. Es ist eine Schmerztablette. Ja, sag ja. Es ist eine Kopfschmerztablette. Okay. Muss er. Schneiden wir weg. Hat die schon wieder einer weggebehalten. Ah, ne. Was war denn hier noch? Oh, ein Power-Up. Eine Blaster-Kanone. So. Bisschen aufgeru... Ähm... Bisschen Waffen... ... hingestellt. Ich würde jetzt nochmals... Intelligente Rakete. Was ist das für heute? Oh. Skywalker ist die Herrs, meine Freunde. Fuck. 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 Ich hatte gerade eine scheisse Makete. Wollte gerade auf das Ding schießt. Wo seid ihr alle, meine Freunde? Ich helfe euch. Kontrollpunkt wird gesichert. Wäre schön, wenn du mir helfen würdest. Ich sehe nämlich nicht, wo das Viech ist. Komm her, du kleine. Niederlage. Ja, ich hatte gerade einen Raketenwerfer. 2-5, Top-10. Ist für mich ein gutes AG. Oh, das war's. Ey, cool. Da oben war ich glaube ich ein Batman-Fan. Arkham City. Ich bin Batman. Ja, leicht zu sagen. Schwer zu glauben, ne? Oder schwer zu beweisen, ne. Schwer zu glauben, schwer zu beweisen. Ich bin Batman. Niemals. Naja, ein bisschen was. Das reicht nicht. Weitermachen oder Päuschen machen? Die Runde machen wir noch. Okay. Sind jetzt noch 20 Sekunden. Wieder gar nichts gerade. Muss ich die Waffe kaufen? Ich warte mal. Da auch super. Da auch super. Mal auf. Na gut. Machen wir weiter. Lass uns mal wieder auf dem Level. So, dann kann's abgehen jetzt. Und Start. Hab ich schon mal deine Waffen ausgesucht? Die sind eh dieselben wie meine, aber trotzdem. Aber zumindest hab ich jetzt mal diese Scheiße gegen diese Flugzeuge. Mal ein bisschen Abwehrraketen. Naja, auf jeden Fall. Vor allem brauchst du die hier. Doch, man stirbt sich die Lava. Ihre Rebellen besetzen einen Kontrollpunkt. Wir müssen sie stoppen. Ich bin gerade durchgegangen. Und, äh... Nein, nein. Und dieses Blaue ist, äh... Da kann man sich nicht schnell entgehen. Und jetzt, wo ich gerade mal ne schöne Waffe habe, kann ich nicht... Glaubst du mit, äh... Wir müssen uns neu formieren. Die Arme einen Kontrollpunkt, hallo. Achtung, einer ist hier um... Läuft hier vor uns in der Gegend rum. Drei, vier Mann sind jetzt auf einmal vor uns, auf unserer Seite. Ah, da habe ich ihn nicht. Oh, ich glaube, ich habe auch ein Wettbewerb. Ich habe mich kattet, aber ich habe ihn nicht gesehen. Oh, verdammt. Ich weiß nicht, ob ich da noch nicht richtig habe. Ich habe es mit dem Flugzeug umwerbischt. Wir wissen von einem unserer Informanten, dass Skywalker in eurem Quadranten ist. Bereitet euch auf die Mauer. Kommt mal her. Zu weit weg. Ich krieg den nicht. Ich habe ihn. Wir haben einen Sucher da. Wir haben einen Kontrollpunkt verloren. Das ist das Problem, wenn der so in uns her geht. Erledigen wir sie. Jetzt. Nein, doch nicht. Fuck. Alter. War still. Ist eine Tablettenleutung? Wir übernehmen einen Kontrollpunkt. Ich komme nicht anders. Ich habe es nur zu kanten. Oh, Skywalkers. Abends mehr sich zu kauen. Es ist keine Gefahr für mich. Zu spät gesehen. Bambam. Wollen wir das auch hier ein bisschen, ne? Skywalker wieder vor mir. Der haut gerade ein bisschen auf. Aber wir sind nur noch 55 oder so. Hier kann er nicht mehr. Schön. Nein. Was war das? Zielschuss. Ich wollte nichts mehr da hinten holen. Oh, hallo. Atomgeist. Ich bin unterwegs. Deswegen. Es ist beinahe. Ah, hier bin der Scheiß für sich. Unsere Truppen übernehmen einen Kontrollpunkt. So. So voll. Okay. Verstanden. Nehmen großer Feuersignal. Lustig ist, du kannst, dass man nicht fliegen kann. Äh, mit dem linken. Äh, mit dem rechten Stick. Linken. Boah, nach so schlecht. Hinter dir! Das ist ungewohnt, so zu fliegen. Das ist ungewohnt, so zu fliegen. Gleich gehört der letzte Kontrollpunkt dem Feind. Schlagt sie zurück. Los! Down. Okay. Ich bin zumindest mal kein Pilot. Weiß ich, dass meine rechten Runde mal piloten kann. Aua. AT-ST. Schickt einen Scout-Transporter in Sektor 4. Kette die... Verstanden. Hier ist Position. Ach so, es funktioniert zu. Was denn der AT-ST? So. Hm. Ach nee, deswegen... Ach, doch. Ja, ja, ich hab einen. Aber ich muss jetzt gerade ein bisschen mit ihm... Ja, nee, ist leicht zu steuern als im Grundsatz. So. Wie das würde. Aufpassen! Ihr Feiter hat die Zone betreten! Ja, schön wär für mich. Hier ist irgendwo... Ich bin ja in der Luft. Ich bin ja in der Luft. mit dem Spiderman, jetzt ist das ein Team. Boah! Ich bin ja in dem X-Finger! Ein Kamikaze-Flieger gerade gewesen, ja. Boah, was macht das denn an? Nein, ich hab leider nicht aufschrieben. Schade. Nicht mal zu uns mit dem Superdarsch. Das Problem, weil der fliegt ja nicht. Geh hin. Er holt einen. Und down. Ja, der war... Huch! Ich hab nicht mal wieder eine Scheiß-Runde. Ja, ich versuche Ficks wegen. Verteiljäger. Ich glaube, wir haben gerade ineinander geflogen, der Typ und ich. Okay. Oh! Ich muss mal grüßchen. Ich hab einen erwischt. Hurra, ich hab einen erwischt. Ach nie. Ich meine Leute. Jetzt können die über die Kaffee schließen. Ich hab einen erwischt. Ja, fack. Wenn man keinen, wenn man nicht nachladen. Armer. Boah, Alter, was für Granaten. Ja, das ist wieder. Mhm. Das ist ja eine ganz schöne Schlacht, ey. Das geht voll ab, ne? Das Kopfschmerzen. Kontrollpunkt wird gesichert. Ah, ich glaub, das wird wieder eine schlechte Runde von uns. Also, zumindest. Vollpunkt-mäßig. Ach ja. Ich hab den Schiss. Ich hab's mir gerade wieder aufgeschossen. Ich hab's mir gerade wieder aufgeschossen. Geil. Wer durfte? Lucky Dutch mit dem A-Wing. Den mag ich gar nicht, ey. Der hat mir jetzt noch mal gebildet, aber... Wenn ich mal wissen, wo der ist, dann kann ich mal wenigstens was rum vom Himmel zu holen oder was. Naja, ich bin ja wieder in der Luft jetzt. Ja. Ah, Badgänger wischt mich auch wieder. Ich krieg die Tür nicht zu. Der Typ schon wieder. Hm? Ich hab noch so meine Tatsalisten. Ich glaub, wüsste, wo der... Wenn ich den mal aus Visier bekommen würde. Wär das viel einfacher. Dann könnte ich den Raketen hinterher jagen. Kommst du her jetzt hier? Der hat eigentlich fast gar nichts mehr an dem Weg. Das Problem kriegt der nicht. Pam! Der ist mit dem Schleimann. 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 Aber ich hab das Vizeprotter geschossen. Ja, das war doch mal. Die Sache, die Raketen hat mir eigentlich zu viel zu verletzen. Ich muss das mit dem Schleimann. Wir müssen nach Schlacht fest. Oh, Alter, da ist noch einer unterwegs. Scheiße! Wir kommen nach den Weg zu. Geil, Musik von Lava. Geil, Musik von Lava. Der ist mit dem Schleimann. Ja, ich find halt ziemlich böse. Auch zugleich stehen. Ich glaub, ich hab immer wieder bei den Kids. Drei. Oh, komm. Alles, wo ich nicht mit Null rausgehe, ist auf jeden. Der Imperator an unserer Seite steht unser Sieb fest. Wir übernehmen einen Kontrollpunkt. Wir übernehmen einen Kontrollpunkt. Drei, Drei. Dreiuu, Gott! Die blöste Dann und und das schw anglest Keith und kurzen. Herr Nagel ist Chile ab. Tief, wieder! Ah, da unten steht es wieder. Oh, schade. Oh, Mann. Naja, das ist ja schon mal okay. Schade, mei ja. Ich rüpelle, nein, ich gewonnen.